Musik In Brüssel waren mal wieder die Monster los. Und das zum bereits 32. Mal. Das Monsterkonzert ist schon lange Kult und ein echter Publikumsmagnet. Und auch im Jahr 2024 war der Otto-Oppenheimer-Platz im Bruchsaal voller Narren- und Guckenmusikfans. Weit über 1000 Menschen feierten und tanzten zu den etlichen Guckenmusikgruppen. Ganz vorne mit dabei, und wie sollte es auch anders sein, natürlich die Schlapperdenker. Aber auch die anderen Gruppen zeigten ihr Können und begeisterten das Publikum. Gerade in den ersten Reihen hieß es mitmachen und mitsingen, klatschen und schunkeln. Das gehört zum Pflichtprogramm und macht einfach nur gute Laune und monstermäßig Spaß. Musik Musik